Geht alles. Will ich hier stehen? Eike? Ne, ich will hier nicht stehen. Warte, das ist mir zu nah am Auspuff. Der ist mir zu laut. Weiter. Mach mal Sicht aus. Macht eh nicht, ne? Müssen wir die Batterie überbrücken. Gut, dass wir noch ein paar dabei haben. Pudele. Wem gehört eigentlich der Eske? Einbaustartagen. Okay, der müsste reichen schon, Bauer. Warte. Boah, der ist cool. Ja, wenn er eine Zylinder nicht abgeschackt hat. Ja. Irgendwas ist immer. Wir haben ja komplett null Läufe eingebaut, dass wir den bekommen. Oder meinte einer, in den Ölkrank Diesel zu packen? Ich fühle Spaß. Das war schon besser. Mach weiter. Weiter. Schön langsam. Weiter. 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 Halt mal. Komplett halten. Oder was? Wollen wir mit Schäden blühen. Das ist komplett einfach. Ja. Turns, war ich mal kurz nach Hause. Das klingt schon fast gut. noch kurz nach Hause. Das klingt schon fast gut. Das ist ein Scheiß. Das klingt eigentlich immer besser, finde ich. Bewegst du da jetzt? Nix, mach mal weiter. Machen wir. Das ist gelaufen Eike. Es ist gelaufen, aber er ist gelaufen Eike. Rauchkaffin. Eike, ich würde da rauskommen. Rauchkaffin. Sehr komisch, als würde der Auspuff in die Kabine drücken. Komisch. Ist ja würzig. So, da sind wir mal. Ja, ich will ein bisschen rauchfrei hier drin sein. Machen wir mal die andere Seite auf. Ich mach das schon. Alles gut? Ja, ja. Verstecken will er. Der steht auf den Scheiß. Die brauchen die Krönung vor der Party. Dann gibt ihm ganz leicht ein bisschen höheres Standgas. Das ist, was er mir auch noch weniger hat. Ich hab jetzt erst mehr gemacht, dann hab ich weniger gemacht. Weil ich nicht gemerkt habe, dass das besser ist. War aber jetzt zu wenig Wasser. Eike, komm da mal kurz raus. Bitte. Rauch. Nein, du brauchst das nicht, Alter. Du kannst da drinnen ersticken. Hoppla-pap. Hoppla-pap-bum. Liegt er, ne? Richtig. Ich schlepp den da nicht raus. Ich schaff sein Gewicht nicht. Ich auch nicht. So, jetzt nochmal. Was? Jetzt ruft gleich einer, die Feuerwehr ausbrennt. Jetzt ruft gleich einer, die Feuerwehr. Mach die andere Seite auf. Damit ein Durchzug ist. Alles Lube ist hier wirklich vergaten. Damit du die Lok unter den Nagel reißen kannst. Das tue ich gar nicht. Will ich gar nicht. Hallo. Jetzt kommt bei denen. Was haben wir wissen? Punkt war dann nicht hinaus. Ja. Äh. Wie mit unseren Maschinen einfach volle Pulle Gas geht? Hä? Wie mit unseren Maschinen einfach volle Pulle Gas geben. Wenn wir anfangen rumzumucken im Kleinen. Das habe ich ja auch schon gerade probiert. Volle Pulle Gas? Ja, ganz volle Pulle nie. Wie ganz volle Pulle Gas? Ich finde das geil sowieso nachher auf dem ganzen Videomaterial, wie das die Antwort rauskommt. Ohne Gas geben. Dass er anbleibt halt. Ja. Dass er warm wird. Ich weiß nicht, in welcher Position die offene Zuge ist. Machen wir nochmal. Machen wir mal Vollgas ohne Starten. Nur einmal Vollgas einlegen. Weil hier ist so eine Lücke, die sich nicht mehr bewegt. Wie ist Vollgas jetzt? Oder Halbgas. So fast voll. und dann kommen wir mal auch einzuschiffen dazu. Und dann kommen wir mal rumzumachen zu den "...unden Él ... kohe ... »Hillen ...« »Hillen ...« Heike, bei dir brennt's. Heike, bei dir. Ja, das war der Ausmacher. Ja, natürlich war er das. Du Heike, ich sag, du hast da Kabelbrand in deinem Gebräuch. Das wäre jetzt echt lustig, wenn da drin irgendwas brennen würde und wir wären hier sitzen. Du meinst nicht schön. Hört sich so geil an. Scheiß, ohne Aufbruch. So, ich mach meinen Auspuff wieder dran, ne? Mach das. Heike, ich brauch meine Maul. Das ist witzig. Scheiß. Das krieg ich nicht. Dann kannst du jetzt noch eine schöne Aufnahme machen. Dann kann ich noch eine schöne Aufnahme machen für mich. Aber jetzt, wir wissen ja, dass er anspuckt. Aber wir tun so, als ob er das anspuckt. Hört sich jetzt geil an. Okay, bereit. Mein Werk ist vollbracht. So, Herr Ludovic. Willst du mal anmachen? Ja. Dass die Gurke warm wird. Warne, warne. War keine Warnrechon.